Hallo und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video Leute. Heute möchte ich euch gerne mal erklären wie ich mein Glyphor Games Geld investiere und wie man sehen kann wo man investieren kann und was fürs wahrscheinlich steigen wird oder was fallen wird. Und zwar seht ihr ja schon die verschiedenen Kategorien Leute. Admin Items, Kisten Items, aktuell beliebt. So, diese verschiedenen Dinge werden je nachdem immer aktualisiert in einem bestimmten Rhythmus wie ihr seht. Es wird immer von Woche, also von Montag auf Dienstag, die Nacht wird immer Glyphor Wert aktualisiert und danach am Mittwoch nochmal und dann erst wieder nächste Woche halt. Und zwar ist es jetzt so, dass bei Glyphor Wert kann man ja Dinge gucken wie viel die wert sind. Man kann aber auch noch gucken wie viel die zum Beispiel vor ein paar Monaten wert wurden. Und heute wollen wir uns mal ein paar Beispiele angucken um zu erkennen ob man sagen kann ja ne da investiere ich rein oder ne da investiere ich doch lieber nicht rein. Was ich immer machen würde als Information Leute ist bei aktuell beliebt gucken. Aktuell beliebt zeigt halt immer das klassische Spawner was man halt immer verkauft bekommt. Zum Beispiel das Teil hier Bannhammer seht ihr schon ist runtergegangen die letzten paar Monate. Keine Ahnung wieso aber davor die Monate seit April diesen Jahres ist der gestiegen von 80.000 von einem auf 195.000 auf 300.000. Also ihr seht wenn man den jetzt sagt man im Oktober gekauft hätte dann wäre der jetzt hätte man jetzt einen saftigen Gewinn gemacht Leute. Und so möchte ich euch gerne auch das mal mit anderen Items zeigen wie ich zum Beispiel investierte. Ich kann euch mal zeigen zum Beispiel Lord Varus Angeln. Lord Varus Angeln hatte ich auch wie viele hatte ich locker 27 Stück. So wie ihr seht der Preis war zwischenzeitlich bei 10.000 Dollar dann ist er immer wieder weiter runtergegangen 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 das war April diesen Jahres. Ich habe die damals gekauft wo die noch 2.000 bis 3.000 Dollar gekostet haben. Habe die leider erst zu diesem Zeitpunkt wieder verkauft weil ich mir gedacht habe bringt sowieso nichts sind die sowieso nicht viel wert werden noch weiter stecken. Ja Pustekuchen Leute am Ende musste ich die denn für 5k pro Stück verkaufen. Man muss es aber so sehen ich habe die alle für 2k pro Stück verkauft habe an jedem 3k Gewinn gemacht und von dem her war das schon ein recht guter Deal muss ich wirklich sagen. So und jetzt wirklich guckt euch die Preise an bei Grieferwert guckt an was der Hüllstand war guckt an wann das letzte mal aktualisiert wurde guckt an was der Durchschnittspreis ungefähr ist das sollte man sich wirklich bei Grieferwert alles angucken oder ein Beispiel wo ich jetzt auch gar nicht im Moment rein investieren würde wäre zum Beispiel diese Doppelfarben Leute. Die werden außerdem für viel weniger gar nicht Grieferwert müsst ihr immer als Richtwert sehen ja ihr müsst es wirklich immer als Richtwert sehen weil dafür wird das nicht gehandelt der wird nicht für 300.000 irgendwas ja nicht ich habe den auch schon im Forum für 270 gesehen Leute ja die werden eigentlich für viel weniger nicht das Problem ist es gibt so viele Items im Minecraft dass Grieferwert die Betreiber davon nicht immer hinterher kommen alles zu aktualisieren. So wie ihr seht würde ich nicht rein investieren der ist seit Monaten auf dem absteigenden Ast weil der halt natürlich immer wieder aus den Kisten ist und dadurch wird er halt immer mehr gezogen. Wo ich jetzt vielleicht in nächster Zeit rein investieren würde wären diese Iced Out QX zum Beispiel Iced Out QX wir können jetzt mal den letzten 6 Monate zum Beispiel angucken wie ihr seht seit August ist das jetzt glaube ich drin ist das immer weiter runter gegangen immer immer weiter das wird schätze ich jetzt mal noch auf 15k runter gehen ungefähr aber dann werden die das ist wahrscheinlich aus den Kisten rausnehmen und dann wird das wieder mehr steigen ich kann es euch aber nicht wirklich sagen was ich immer mache ich spekuliere immer weil wenn so ein Ei jetzt schon bei 15k ist denn vielleicht später bei 15k ist es wird schon für 16.000 oder 15.000 gar nicht wenn man das in größeren Mengen kauft wie zum Beispiel für 10 Stück ja die werden ja ein Ei was man aus den Kisten kommt nicht sinken lassen Also ich denke die werden das vielleicht auf maximal 15k sinken lassen und natürlich dadurch dass das Glück 1 hat wenn die das wieder aus den Kisten rausnehmen ein paar Leute haben die vielleicht geused sammeln die auch haben die verbunkert und dann kommen wieder ein Haufen von denen weg Leute und dann steigen die wieder im Wert so was wäre zum Beispiel meine Empfehlung zum Investieren oder was gibt es hier noch zum Beispiel Lichtleinköpfchen Lichtleinköpfchen wurden heute erst aktualisiert Leute so hier steht jetzt für 3 bis 5k ihr seht den Preis gibt es erst seit heute ja das ist äh wurden heute erst rein gemacht für alle Lichtleinköpfchen für 4 bis äh also für 3 bis 5k der Durchschnittspreis ist 4k so Leute jetzt werden sich alle Spieler an diesem Preis halten und ihr müsst euch vorstellen Anfang Dezember hat man so einen Kopf für ich sag mal 2000 bis 1500 bekommen teilweise sogar noch günstiger und jetzt macht man damit so einen fett gewinn und das ist nicht mal Anfang eines Monats und ich habe mehrere Doppelkisten von diesen Köpfen da könnt ihr euch vorstellen was ich an einem Gewinn raushole falls ihr euch jetzt aber sagt ja diese ganzen Admin Items interessiert mich alles wirklich gar nicht ja ich setze lieber mehr darauf ich kaufe lieber ähm Doppelkisten weil sie irgendwas ein dann habe ich auch noch was anderes vor ist und zwar Holz so dumm es sich anhört Holz ja ähm sagen wir mal was dicker Birkenholz zum Beispiel Birkenholz ist jetzt gucken wir die letzten paar Monate ist immer weiter abgesunken wie ihr sehen könnt so natürlich ist es dadurch bedingt dass viel mehr automatisierte Formen gebaut wurden dass immer mehr Leute ähm Holz verkaufen auch in größeren Mengen es wird immer mehr Doppelkisten beziehungsweise verkauft und so und deswegen ist das so an eurer Stelle 2,5 bis 3k ist zu teuer ich würde wenn ihr 150.000 Dollar habt würde ich 100 Doppelkisten Holz kaufen an eurer Stelle die mir entweder liefern lassen oder auf ein bestimmtes Debit auf ein Blockchain mir das überschreiben lassen und dann würde ich maximal dafür 1500 Dollar bezahlen und dann würde ich die einen anderen verkaufen für zum Beispiel 170.000 ja das ist pro Doppelkiste sind das 100 Dollar gewinnen aber ihr müsst es mal auf die ganzen Doppelkisten rechnen das sind 20.000 Dollar Gewinn auf 100 Doppelkisten Holz sowas zum Beispiel immer wenn ihr zum Beispiel sowas wie Holz kommt was recht billig ist sage ich mal kauft es immer in großen Mengen ein ich sag mal ab fünf Doppelkisten aufwärts ja der machen dann könnt ihr sagen Massenrabatt kriegt ihr das auch immer günstiger oder zum Beispiel was ich jetzt mir auch überlegt habe die Orb Teile während die sind immer weiter runter gegangen in letzter Zeit ist glaube ich jetzt noch kaum ein Preis vorhanden ja die sind ja noch nicht so lange drin und die werden auch noch weiter sinken ich guck mal hier dieser Abstieg von 57.500 auf um 10k ist das Teil jetzt abgestiegen ja und ich denke es wird noch weiter absehen Leute und diese Orb Teile werden denke ich mal in wenn die ab einen bestimmten Wert von 20k oder 15k werden die denke ich mal rausgenommen und zu diesem Zeitpunkt wo die so zwischen 15 und 20k kosten würde ich persönlich zuschlagen und mir so 10 Stück von den holen warten bis die wieder ähm äh bis die wieder also dann werden die halt rausnehmen und dann werden die wieder im Wert steigen weil einige Leute die benutzt haben weil sie dann nicht mehr Level 1 sind und weil sie dann vielleicht auch einfach bei irgendwelchen Spielen rumliegen die aufgehört haben zu spielen so steigen solche Items halt generell im Wert Leute oder zum Beispiel was ich jetzt auch hatte und zwar ist das mit Abkis Weihnachtsgebäck Leute Abkis Weihnachtsgebäck hatte ich schon seit seit ein paar Monaten rumliegen ich wusste ja nicht dass ich die überhaupt noch habe und zwar war das so dass der Abkis Weihnachtsgebäck äh war Anfang Dezember und den gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger der gibt es ja schon seit mehreren Jahren jetzt und dass der seit so hier seht ihr April bis Oktober war das auf den normalen Preis dann ist der Stiegen auf 16.000 und hier kann man so langsam die Entwicklung sehen hier ähm April und so wurden die halt noch häufiger verkauft hier sinken denn hat sich irgendeiner denke ich mal mehrere Doppelkisten oder ein paar Kisten von denen gekauft gehabt und hat die irgendwo gebunkert oder sie sind bei Spielern gelandet die aufgehört haben so dann sind die wieder weiter gestiegen auf 16.000 so dann äh natürlich zu Weihnachten sind die nochmal gestiegen Leute und ich denke die werden jetzt nochmal steigen deswegen werde ich die jetzt erstmal meine behalten das Problem bei solchen Admin Items ist die meisten mögen das Level 1 was heißt Level 1 im Prinzip äh Level 1 heißt dass dieses Item im Prinzip äh Fabrik frisch ist dass es noch nie irgendwie umbenannt wurde gesigned oder hast du nicht gesehen Leute ähm ähm wenn euch dieses kleine Video zu Güterwert gefallen hat gerne Abo, Like da lassen dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Tschaui bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal